Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Ombudsmann der Stadt Graz. Heute haben wir was zu feiern. Der Ombudsmann feiert seinen ersten Geburtstag. Was ist alles passiert im letzten Jahr? Wir haben 252 Anliegen abgearbeitet. Was heißt abgearbeitet? Wer steckt da dahinter? Ich möchte euch heute einmal erklären, wie die Stadtreinigung in der Stadt Graz aufgebaut ist. Wir haben 120 Personen in der händischen Reinigung. Weiter sind wir 60 Personen in der maschinellen Reinigung. 940 Kilometer Straßennetz hat die Stadt Graz, die von uns betreut werden. Zusätzlich 110 Kilometer Radwege, 4000 Papierkörbe und 50 Parkanlagen, die von uns betreut werden und jeden Tag gereinigt. Mit einem herzlichen Schau auf Graz möchte ich mich von euch bis zum nächsten Mal verabschieden. Danke.